Schon wieder das Deckwischen. Was machen denn die Landratten hier? Guten Tag, die Damen und Herren. Ich bin's, Decksmann Janik. Guten Tag. Willkommen auf unserem Schiff. Wir begeben uns heute auf gefährliche Reise. Auf ungewisse Reise zu einer Schatzinsel. Gemeinsam mit unserem starken Käpt'n, Michael Schmitz. Woher geht's hin? Käpt'n, hallo. Das ist der Käpt'n. Käpt'n, wie geht's? Was machen die Landratten denn hier? Wir wollen auf eine große Schiffspfart gehen. Einen großen Schatz finden, mit ganz viel Gold. Was ist denn? Käpt'n, was machen Sie denn die Weibantwort? Sind das nicht die gefährlichsten Schlachterpreise? Die Taktfere Julia? Ahoi! Die starke Kira? Ahoi! Und die Taktfere und superstarke Anführerin Selina? Ahoi! Hier müssen wir doch irgendwie besiegen. Ja! Schmack'n, ja. Hey, gehören dran! Wir sind die Piraten!